Ich will komplett alleine eine ganze App bauen. Alles von der Idee, über die Programmierung, das Design, bis hin zur Musik. Das alles in nur sieben Tagen. Dann sollt ihr die App im App Store runterladen können. Hey Internet, was geht? Ich bin Marius and welcome back to this channel. Also, wir haben jetzt quasi hier gerade Tag 1, aber schon 19 Uhr. Immerhin habe ich schon eine Idee. Die Idee der Spieler-App ist, dass man die Gravitation beeinflussen kann. Wie wir alle wissen, üben Planeten im Weltall Schwerkraft aufeinander aus. Und dadurch, dass man zum Beispiel auf die Planeten tippt, sollen die Planeten größer werden und damit auch mehr Anziehungskraft haben, sodass sie die umliegenden Planeten ansaugt. Der Clou dabei ist, dass wir verhindern müssen, dass unsere Erde von diesen Planeten angesaugt wird und mit ihnen zusammenstößt, weil dann ist unsere Erde kaputt und das wollen wir nicht. Das alles muss natürlich programmiert werden und dazu braucht man eine Programmiersprache. Ich habe in meinem Leben bisher nur in Java und JavaScript programmiert. Jetzt muss ich aber in C-Sharp programmieren. Das heißt, ich muss eine komplett neue Programmiersprache lernen. In sieben Tagen. Außerdem brauchst du noch eine Game Engine wie zum Beispiel Unity. Die funktioniert quasi als Grundstein für alles, was wir programmieren wollen. Dann habe ich also meine ersten Zeiten-Code programmiert und mit denen soll das jetzt theoretisch möglich sein. Dadurch, wenn ich auf den Planet klicke, dass der größer wird. Okay, boah, ich bin so gespannt. Okay, okay. Er wird schon mal größer. Ganz, ganz einfach gesagt könnt ihr euch programmieren quasi so vorstellen, dass ihr dem Computer eure Logik beibringt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagen wollt, wenn diese beiden Objekte gleich groß sind, dann mache das. Würde das in der Programmiersprache C-Sharp so aussehen. Dann, if, Klammer auf, erstes Objekt gleich groß mit zweitem Objekt, Klammer zu, dann mache das, was in dieser Klammer steht. Es funktioniert was. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell funktionieren wird. Dieser neue Code hier, der hat es echt in sich, denn... Damit habe ich die echten neutischen Gravitationsgesetze, das ist unter anderem diese fancy Formel hier, in unsere App programmiert. Das heißt, unsere Planeten verhalten sich jetzt nach den echten physikalischen Regeln. Zumindest mehr oder weniger. Das heißt, umso größer der Planet wird, umso schneller fliegt die Erde auf den Planeten zu. Leute, die erste spielbare Version ist fertig. Und die sieht so aus, die Planeten fallen schon. Und wenn ich dreimal tippe, verschwinden die jetzt. Und dadurch ergibt sich diese coole Mechanik, dass ich quasi steuern kann, wie lange der Planet beeinflusst wird. Das sieht schon ziemlich nice aus, aber sind wir ehrlich, es fehlen noch tausend Sachen. Zuerst habe ich noch programmiert, dass der Hintergrund mit scrollt. Dann habe ich noch ein Punktesystem programmiert. Und wenn die Planeten kaputt gehen, so eine kleine Partikelexplosion hinzugefügt. Aber erstmal geht es weiter mit Tag Nummer drei. Habe ich hier meinen ersten Spieltester. Man weiß zwar, dass ich eine App baue, aber hat gar keinen Plan, was es für ein Spiel ist. Ich bin so froh, ich bin so überrascht bei einem, dass es nach zwei Tagen schon spielfähig ist. Okay, also ich sehe eine Welt. Okay, warte mal. Also ich muss irgendwie bestimmt da durchkommen. Weg damit. Okay, man muss die zerdrücken und dann gehen die weg. Crazy. So voll unimpressed. Je größer die Dinger sind, desto mehr Anziehungskraft haben die. Ja. Okay, und dann ziehen die die Erde und die Planeten an. Und es gibt noch einen Trick. Ja. Tipp mal irgendwo hin, wo nichts ist. Ah, dann steht da auch Anziehungskraft. Genau, genau. Damit kannst du die Erde quasi auch ein bisschen lenken. Was denkst du so von dem Spiel an sich? Von dem Spielprinzip? Scheiße, ich glaube, ich werde süchtig. Wenn du das erstmal fertig programmierst, so. Und selbst wenn das jetzt alles läuft, gibt es noch ein ganz, ganz anderes Problem. Und zwar in der Spielidee an sich. Und zwar ist es momentan so, dass die Erde einfach unten chillen kann, während man einfach oben die ganze Zeit drauf drückt und die Planeten zerstört. Und es quasi keine Schwierigkeit mehr gibt. Und da ist die Frage, ob... Er ist so wenig zu Objekten macht, die man nicht kaputt tippen kann. Aber halt, dass man ausreichen muss. Genau, genau. Was ich halt glaube, was für wichtig ist, dass man auf jeden Fall das Gefühl hat, man macht das selber. Und es ist nicht so... Das Spiel soll sich nichts automatisch für einen machen. Boah, ich weiß nicht, wie ich das programmieren soll. Ich bin jetzt erstmal froh gewesen, das Spawn-System fertig zu haben. Mhm. Und das ist ein Problem, was ich komplett unterschätzt habe. Die ganze Feinjustierung am Spielprinzip an sich. Wann welches Objekt kommt, wie schwer welches Objekt ist, damit das Spiel überhaupt Spaß macht. Damit es nicht zu einfach ist oder viel, viel, viel zu schwer. Sondern es muss ja genau in der Mitte sein. Und das ist sehr viel schwieriger, als ich dachte. Alter, einen ganzen Tag programmieren. Und Leute, das ist der Fortschritt. Und es ist echt sehr viel passiert. Also, wir haben ein Home-Screen, wo wir auf Play drücken können. Auf Play drücken haben wir hier unsere Erde, die wir jetzt ordentlich steuern können. Die Asteroiden, die kann man jetzt nicht mehr kaputt machen. Und die werden noch nicht mehr beeinflusst. Die muss noch quasi ausweichen. Ich habe so viele Bugs in der Physik gefixt noch. Das war echt heftig. Und da seht ihr schon, wir haben oben mehrere Objekte jetzt. Sonnen zum Beispiel und einen Game-Over-Screen mit einem Score. Ich habe heute allein schon wieder 16 Stunden programmiert oder so. Weil die Sache ist halt, ich sage es immer wieder. Aber ich habe halt noch nie eine App programmiert vorher. Und ich bin ehrlich, Leute, so langsam saß mir das Projekt auch echt in den Knochen. Welcome to Day Nummer 4. Schlafen habe ich nicht wirklich viel. Heute ist hier jetzt die große Programmier-Session. Auf dem Plan stehen noch zwei neue Objekte hinzufügen. Dann einfach das Textsystem machen, was anzeigt, wie viele Punkte ein Objekt gibt, was man zerstört. Und das hieß wieder den ganzen Tag programmieren, Probleme lösen und langsam wahnsinnig werden. So Freunde, der letzte Programmiertag ist ready. Will irgendwer von euch gerade mal spielen? Ah, und da gibt es Punkte, die wir quasi immer in die Herzen... Jetzt muss man aber schon sagen, der Spiel-Bock ist jetzt auf jeden Fall enorm gestiegen. Das freut mich sehr. Auf jeden Fall, also es ist jetzt viel ausgeglichener die ganze Zeit. Man hat jetzt viel mehr das Gefühl, ah, wenn ich jetzt noch mal starte, dann kriege ich einen höheren Score so. Und ich war echt mega happy, dass das jetzt alles funktioniert hat. Man kann es wirklich spielen, es macht nur wirklich Bock. Und als ich dann die App einfach noch mal starten wollte, um sie zu testen, ist dann was passiert, was mich einfach wirklich mad gemacht hat. Ich bin einfach richtig verzweifelt. Jetzt funktionieren die Asturine auf einmal nicht mehr oder was? Und jetzt kann ich einfach alles, oder? Und jetzt funktioniert der Restart-Button nicht mehr. Der Highscore, der vor einer Minute noch funktioniert hat. Die haben gerade eben noch funktioniert. Wirklich literally vor... Ich weiß es nicht. Aber trotzdem muss es ja am nächsten Tag schon mit dem Design losgehen, weil sonst wären wir nicht innerhalb dieser sieben Tage fertig. Guten Morgen. Und es geht fast schon fleißig. Und zwar ist heute Tag 5. Und ich habe gesagt, Tag 5 ist quasi der Look Day. Das heißt, heute machen wir die ganzen Grafiken. Ich habe ein Programm, das nennt sich Magica Voxer. Da habe ich diese Modelle gebaut. Das ist quasi ein Programm, mit dem du so 3D-Pixel malen kannst. Und zwar haben wir hier einmal die neue Erde. Die sieht schon ziemlich fancy aus. Neue Planeten hier vorne. Das ist ein weißer Zwerg. Die Galaxie, finde ich, ist ziemlich cool geworden. Was noch fehlt, sind quasi diese Asteroiden. Die muss ich noch machen. Und natürlich so Logo und diese ganzen, ich sage mal, Interface-Grafiken und so ein Kram. Und App-Icon und so weiter. Ja, genau. Ach ja, scheiße, die App braucht ja noch ein Logo. Das auch. Ich habe also den ganzen Tag lang diese ganzen Grafiken gebaut. Über die Hintergründe, über die einzelnen Planeten oder Sonnen. Und dann, als ich fertig war, habe ich das alles erstmal noch in die App eingebaut. Und gehofft, dass nicht alles abstürzt. Finale Version, ohne Kabel, komplett neue Grafik. Krass. Und äh... Das sieht komplett anders aus. Mit Erklärung auch jetzt vorne dran. Sehr gut. Mhm. Boah, was? Das sieht halt komplett anders aus. Schüß, auf einmal so richtig Pixel-Move. Oh nice, das sind auch ganz viele verschiedene Kometen, gell? Ja, ja. Da hast du ein paar verschiedene Grafiken gemacht. Was sagst du jetzt so zum Improved Look und allem? Ey, das fühlt sich halt direkt viel geil an. Nice. Jetzt kommt noch ein neuer Testkandidat, der es noch nie gespielt hat. Voll süchtig. Kennst du dieses? Fazit von dir her wirklich. Fazit macht süchtig. Ja, Mann, ich bin eine Ausschiffe. Papa, ich bin viel besser geworden. Ja, du hast, oh, du hast fast sogar... 23.000, der heißt, du hast 37.000. Und bei Real Talk, es gab echt kein niceres Gefühl in dem Moment, als andere Leute zu sehen, die mit deiner App Spaß hatten, obwohl man gerade so voll den Struggle seines Lebens hatte. Tag Nummer 6. Und heute ist der Soundtrack von der App dran. Das heißt, als erstes würde ich sagen, brauchen wir mal Drums. Jetzt brauchen wir noch ein paar Chords. Fett. Bau, bau. Ich brauche noch eine geile Mellow. Das ist irgendwie cool. Warte mal, ich nehme das noch kurz auf. Also, wir haben hier den Drop. Und. Schön ruhig. Okay, und jetzt bauen wir es wieder langsam auf. Und die Spannung steigt. So, jetzt poliziere ich das Ganze so ein bisschen technisch aus. Und dann kommt das Ganze in die App. Es ist der große Moment. Ihr seht schon, es ist jetzt wirklich hier schon auf einem App-Screen. Hier vorne ist die App Spacetime mit richtigem Logo und all drum dran. Jetzt kann ich sie öffnen. Und das sieht dann so aus. Und ihr hört auch schon. Musik. Grafik ist da. Und ich kann es tatsächlich jetzt spielen. Ansonsten funktioniert die komplette App mit Soundeffekten. Und Scoreboard. Und man kann wieder zurück ins Hauptmenü. Man kann wieder spielen. Man kann restarten. Der Highscore funktioniert. Mein Highscore ist momentan bei 104.000. Mal gucken, wie hoch euer sein wird. Loser. Dann passt jetzt schon fast zu 100.000, ey. Das heißt, die komplette App ist wirklich fertig. Am sechsten Tag abends. Wir haben es wirklich geschafft. Die App muss also nur noch in den App-Store. Ja. Und da. Boah. Und da fing der Horror wirklich an. Es kann nicht sein. Jetzt wurde die App beim iOS-Store abgelehnt, weil da irgendein Bug fürs iPad da ist. Was klar ist, weil ich die App nicht fürs iPad entwickelt habe. Ich war so voll happy, dass sich wirklich alles funktioniert. Selbst auf Android läuft die App, die ich spiele war. Und dann ist dieses Indie-Store bekommen noch so schwierig. Und das Problem ist halt, morgen ist der siebte Tag. Und diese Stores haben halt alle so eine Verarbeitungszeit. Das bedeutet, damit ich das noch zu Tag 7 schaffen kann, muss es halt irgendwie heute Nacht noch fertig online sein. Man steht also so kurz vorm Ziel. Man hat alles getan, damit es klappt. Und man hat wirklich alles fertig. Und im allerletzten Schritt scheint es wieder komplett unmöglich. Freunde, es ist Tag 7. Abends. Wie man sehen kann schon, ist es dunkel wieder. Und ich habe jetzt tatsächlich den ganzen Tag dran gesessen, diese App in den App-Store zu bekommen. Und Apple hat es schon wieder 3- oder 4-mal abgelehnt. Ist immer noch in der Überprüfung jetzt. Ich hoffe, das klappt. Bei Android habe ich es gerade das erste Mal geschafft, die überhaupt bis zur Überprüfung zu bringen. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Und ihr könnt jetzt die App im iOS-Store runterladen. Kommt der kostenlos. Ich bin so happy, dass ich das endlich sagen kann. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ich habe echt noch nie ein Projekt so unterschätzt wie das hier. Das war echt heftig. Und wenn ihr die App spielt, postet mal Screenshots von eurem Highscore und markiert mich. Ich bin so gespannt, wie weit ihr kommt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Channel abonniert. Einen Daumen nach oben da lasst. Dadurch supportet ihr mich. Ansonsten könnt ihr hier noch eine andere Crazy-Doku anschauen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Hau da rein. Ciao.